Körperliche Bewegung wie Fahrradfahren, Schwimmen, Tanzen, Joggen ist eine gute Art sich fit zu halten und vor allem sich wohl zu fühlen. Natürlich gehört Fussballspielen mit Freunden auch dazu. Hauptsache ist es macht Spaß. Außerdem hilft dir die richtige Ernährung mit mehr Energie durch den Tag zu gehen. Genügend Wasser, Früchte, Obst sind super, aber auf dein Lieblingsessen musst du nicht verzichten. Übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen oder gar Drogen erreichen genau das Gegenteil. Sei deshalb bitte sehr vorsichtig damit. Das Leben ist nicht immer einfach und manchmal fühlen wir uns ängstlich, lustlos oder sind deprimiert. Das ist okay. Du bist nicht allein. Rede mit jemandem, den du vertraust. Deinen Eltern, deinen Freunden, den Lehrern oder dem Trainer. Sie hören dir gerne zu und helfen dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020